UNTERTITELUNG Ja, Juan gibt's noch andere. Er war nackt. Hi, Juan Diaz. This is my girlfriend. She's not my mother. Er nimmt nicht wahr, Christian. Verstehst du? Wir haben fantastischen Sex. Schlapp, genialer Klischee. Gründe für die Beendigung der Ehe. You have been screwing my wife and that's the reason for the divorce. Screwing? I'm a Catholic. Okay, it's love. Yes. Julio Iglesias, I know it's love. I challenge you. And the challenge will be about Anna. Was machst du? Hör auf, meine Hand zu halten. Enough is enough. Be a man. You're completely incapable of being a adult. Just speak Spanish. Also, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Das ist ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Gut. Oskar hat vielleicht ein paar ungeschriebene Gesetze gebrochen. Aber Oskar liebt Ihre Tochter. Und sagt mir, sie liebt ihn auch. Untertitelung. BR 2018